Einen ganz wundervollen guten Morgen wünsche ich euch und herzlich willkommen zu unserer allerersten richtigen Machine Learning Challenge. Natürlich auch wieder in Kooperation mit der Fresi-Unions-Hochschule. Das heißt, wenn ihr mehr Machine Learning haben wollt, wenn ihr vielleicht auch einfach sehr viele coole Experimente und Aufgaben und Projekte in diesem Bereich haben wollt, dann schaut da einfach mal vorbei. Ist natürlich wieder mal in der Beschreibung verlinkt. Klar, oder? Okay, was wir mit dieser Challenge hier machen wollen, ist, wir wollen eine richtige Machine Learning Challenge. Das heißt, von ganz vorne Datensatz bis ganz hinten Ergebnisse. Wollen wir alles machen. Das heißt, ihr müsst aus dem Datensatz eure Daten raussuchen. Ihr müsst mit diesen Daten dann eine KI erstellen, also zum Beispiel ein neuronales Netz mit dem Deep Learning Studio, wobei euch freigestellt ist bei dieser Machine Learning Challenge, welche Dinge ihr verwendet. Also, ob ihr jetzt eine SVM baut mit eigenem Code in, I don't know, C++ oder sowas, oder ob ihr das Deep Learning Studio verwendet. Das ist eure Sache. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, was ihr tut, sozusagen. Genau, und dann ist die Aufgabe natürlich, das Ding trainieren zu lassen und dann Ergebnisse dabei zu haben. Das heißt, ihr schickt mir am Ende diese Ergebnisse und natürlich euren Weg, wie ihr das Ganze gemacht habt. Also, wie gesagt, hier ist euch quasi alles freigestellt. Ihr müsst nur irgendwie schauen, dass ihr gute Ergebnisse erzielt, ja. Und mir natürlich alles dann schickt. Der Sieger, der wird natürlich dann auch in den Auflösungen, vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich mehrere Videos für die Auflösung brauchen, denn das Ganze ist eine große Aufgabe. Das gebe ich absolut zu. Und, ja, wir wollen natürlich ja auch hier eine Auflösung sehen, wie ich da zum Beispiel reingehen würde. Mal gucken. Ich werde das natürlich auch von der Zeit abhängig machen, von dem, wie viele Leute mir schon geschrieben haben und, ja, wie viele Eingänge, quasi Abgaben ich auch schon hatte. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ihr lange braucht, was ihr vermutlich brauchen werdet, dann werden wir auch ein bisschen länger mit der Auflösung warten. Klar. Okay, jetzt natürlich zu den Daten. Was ist eigentlich eure Aufgabe und was ist euer Ziel? Euer Ziel ist, vorherzusagen, wie Fußballspiele ausgehen werden. Relativ simpel, möchte man meinen, ist allerdings extrem komplex, wenn man sich mal so die Daten anguckt. Das heißt, wir haben hier mehr als 25.000 Spiele. Also, dieser Datensatz, ich habe lange nach so einem Datensatz gesucht und der ist wirklich der allerbeste von allen. Allerdings natürlich aufs komplette Europa-Fußball bezogen und nicht nur Deutschland. Deswegen sind wir hier ein bisschen weiter. Wir haben mehr als 10.000 Spieler, also wir haben fast 26.000 Spiele sogar und wir haben, glaube ich, sogar über 11.000 Spieler einbezogen. Wir haben elf Ligen, also das heißt elf verschiedene Fußball-Ligen und wir haben alle Spiele oder alle Saisons von 2008 bis 2016. Und dann natürlich auch noch, und ja, jetzt wird es witzig, wir haben aus FIFA, aus dem Spiel EA Sports FIFA, haben wir einen ganzen Haufen Attribute von den Spielern und von den Teams bekommen. Und die sind gar nicht mal so schlecht. Die sind wirklich sogar sehr, sehr gut, weil die wirklich auch Aufschluss geben darüber, wie gut die Spieler sind. Und das hat auch wirklich Realitätsbezug, also das ist tatsächlich bewiesen worden. Genau, und deswegen kann man hier auch wirklich gut sagen, wie die ganzen Spieler oder die ganzen, ja, die ganzen Attribute eigentlich aussehen. Die Daten sind von einem Haufen Quellen zusammengekommen und ja, ihr könnt euch bei Kaggle einfach anmelden und diesen Datensatz hier runterladen. Also Kaggle ist halt die Nummer 1 Quelle für Datensätze und ja, ich habe lange woanders gesucht, aber ich habe nichts Besseres gefunden. Ihr müsst hier nur 34 Megabyte runterladen. Entpackt ist der Datensatz dann über 300 Megabyte groß, aber das sollte eigentlich kein Problem für euch sein. So, jetzt zu den Daten an sich. Wie sieht das ganze Ding eigentlich aus? Nun, wir haben hier eine Datenbank und zwar eine SQLite Datenbank. Das heißt, ihr müsst sogar aus dieser Datenbank euch diese ganzen Werte rausziehen, die ihr haben wollt. Das ist für jemanden mit Machine Learning oder der gerne Machine Learning machen möchte, eine wirklich wichtige Aufgabe. Und ich habe natürlich auch SQL Tutorials hier bei mir auf dem Kanal. Ich habe auch einen Haufen Videos, wie ihr mit SQLite umgehen könnt und so weiter und so fort. Und ja, das ist wirklich eine wichtige Aufgabe. Deswegen will ich euch das gar nicht abnehmen. Denn wie passiert eigentlich Big Data? Nun, Big Data ist erstmal, ich sammle alle Daten, die ich irgendwie kriegen kann. Im Fall von Fußball eben diesen Datensatz hier. Und anhand von diesen Daten kann ich dann eben mir das rauspicken, was ich für meine KI brauche und kann damit dann Machine Learning betreiben. Das heißt, das ist sozusagen das, was wirklich, naja, wie es wirklich in der Praxis eigentlich aussieht. So, zu dem Datensatz. Für euch interessant ist Country vielleicht eher weniger. Da steht einfach nur die Länder drin mit einer ID. Dann steht hier natürlich noch die Liga drin mit einer ID und mit einem Land, zu dem sie gehört. Wobei immer nur eine Liga pro Land. Also, es ist nicht wirklich jetzt aussagekräftig, ob Liga oder Land. Und was deutlich relevanter ist, sind Match, Player, Player Attributes, Team und Team Attributes. Also, die sind acht Tabellen insgesamt, aber diese fünf sind wahrscheinlich die wichtigsten für euch. Das heißt, unter Match findet ihr erstmal alle Informationen zu den Matches. Also, eben eine ID für jedes Match. Ihr findet das Land und die Liga, die zu diesem Match gehört. Ihr findet die Saison, in der es stattgefunden hat. Ihr findet die Stage, das Datum und dann einige andere Dinge, die wir hier nicht brauchen. Also, ihr findet aber vor allem hier die Home-Team-Goals und die Away-Team-Goals. Das sind Sachen, die ihr definitiv nicht verwenden solltet. Denn wir wollen natürlich vorhersagen, wie ein Spiel ausgeht. Wir wollen das nicht anhand von Ergebnissen machen, die wir schon haben. Das heißt, es macht keinen Sinn, hier zu sagen, hey, ich möchte auf jeden Fall, also, ich will quasi meine Goals vom Home-Team und vom Away-Team schon in meine Vorhersage einbeziehen. Wenn ihr das macht, muss ich euch disqualifizieren, weil diese Dinge liegen natürlich nicht vor Spielstart vor. Was ihr aber auf jeden Fall machen müsst, ist, ihr müsst ausrechnen, anhand der Home-Team-Goals und der Away-Team-Goals, welches Team eigentlich gewonnen hat. Dazu sind die da. Also, das ist quasi das, was ihr rausbekommen wollt. Allerdings wollen wir nicht die Tore genau vorhersagen, sondern wir wollen nur vorhersagen, wer gewonnen hat. Also, entweder Home-Team-Win oder Away-Team-Win oder Draw, also unentschieden. Genau, dann haben wir hier sowohl für Home- als auch für Away-Team die Spieler, und zwar erstmal die Position X-Position, also für alle elf Spieler die X-Position, für alle elf Spieler des Away-Teams die X-Position, für alle elf Spieler des Home-Teams die Y-Position und für alle Away-Team-Spieler die Y-Position. Und dann natürlich die Home-Players 1 bis 11 und die Away-Player 1 bis 11. Dann natürlich hier auch wieder Goal, Shot-On, Shot-Off, Fouls und so weiter und so fort, Karten. Und das sind alles Informationen, die ihr nicht verwenden könnt, weil sie nicht vor dem Spiel vorliegen. Und dann hier unten noch einige Daten aus Wettbüros, die eben hier noch reingepackt wurden, die ihr aber eigentlich auch nicht verwenden könnt, weil ihr natürlich diese Daten auch nicht habt. Also Home-Win-Odds oder sowas, das könnt ihr, ich weiß nicht, das sollte man eigentlich auch nicht reinpacken, weil die natürlich auch schon einige Berechnungen drin haben. Okay, so jetzt haben wir natürlich hier Home-Player und Away-Player. Nun, diese Player hier, ich zeige euch das mal ganz kurz hier im Datensatz selber. Das ist übrigens eine sehr, sehr gute Anwendung, wenn ihr mal SQLite-Daten durchforsten wollt. Nennt sich DB, Browser for SQLite, gibt es kostenlos für Linux, wunderbar. Kann man sehr, sehr gut verwenden, aber man kann natürlich auch direkt im Code arbeiten oder andere Datenbank-Explorer unter anderen Systemen verwenden. Das ist völlig euch überlassen. Aber wie gesagt, den kann ich euch definitiv empfehlen. Habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal in den Videos benutzt. So, wir gehen hier mal kurz auf Match und dann sehen wir, dass es erstmal laden muss, weil es wie gesagt hier fast 26.000 Matches sind. Und jetzt sehen wir hier, dass, hier fängt es an, dass einige Daten übrigens auch nicht sinnvoll sind. Das heißt, die müsst ihr dann auch rausschmeißen, wenn diese Daten eben Null sind. Also, wenn da nichts drin steht sozusagen. So, jetzt sehen wir hier, wir sehen aktuell noch gar nichts. Homeplayer 1 zum Beispiel. Sehen wir hier 39.890. Nun, das ist jetzt nicht unbedingt ein Spielernamen und aus dem steht hier ein paar Mal Null drin. Das können wir so nicht verwenden. Aber wir sehen, dass hier offensichtlich auch nur IDs verwendet werden. Und diese IDs kann ich nachgucken. Also, ihr könnt die Daten sogar so verwenden, wenn ihr dann irgendwie ein Spezialdings macht für fehlende Werte oder sowas. Das könnt ihr mit eurer KI durchaus probieren. Ihr müsst eben selber schauen, ist das sinnvoll, das zu verwenden oder ist es sinnvoll, das nicht zu verwenden. Hier aber kurz nochmal zu den IDs. Wir haben hier 39.890. Was ihr dann damit machen könnt, ist, ihr könnt auf die Player-Datenbank gehen und hier die Spieler-ID mit eben genau dieser ID hier suchen und dann findet ihr den Namen. Gut, okay, der Name ist jetzt nicht unbedingt wirklich relevant für euch. Ihr könntet das dann verwenden natürlich. Ihr könnt ihr die Größe und das Gewicht von mir aus in den Daten verwenden. Das ist eure Sache, ob ihr das für sinnvoll erachtet oder nicht. Was aber vielleicht wichtiger ist, sind diese Player-Attributes. Das heißt, ihr könnt hier tatsächlich die Spieler-ID rausfinden und anschließend hier eben zum Beispiel das Overall-Rating verwenden, um zu sagen, wie gut ein Spieler ist, was für Potenzial er hat. Also einfach mal hier gucken, quasi das in eure KI einspeisen, mit welchem Fuß er am liebsten angreift oder schießt generell und ob er lieber angreift oder lieber verteidigt. Genau, diese ganzen Werte hier könnt ihr alle mit einbeziehen. Das sind im Endeffekt die FIFA-Ratings und ja, das ist tatsächlich auch was, wo ihr dann diese Daten oder diese Tabellen miteinander verbinden könnt. Genauso natürlich hier sind die Teams auch noch im Datensatz von den Matches verlinkt. Hier, na komm, mach's auf. Achso, das ist schon der Match-Datensatz. Okay, genau hier. Die Teams sind hier natürlich auch verlinkt und die findet ihr dann wiederum in der Team-Datenbank. Also Team sind hier natürlich auch diese ganzen Teams verlinkt, während ihr, ähm, ja, also hier stehen nur die Namen drin, die sind jetzt nicht unbedingt so aussagekräftig, aber die Team-Attributes wiederum, die sind natürlich auch gar nicht mal so übel. Das heißt, ihr seht hier zum Beispiel, okay, manche Teams sind vielleicht schneller als andere hier, manche Teams haben vielleicht besseres Dribble-Spiel, whatever. Ähm, solche Sachen könnt ihr hier alle verwenden und dann eben auch in euren Datensatz einbauen. und anhand von dem dann eben quasi eure Daten erweitern und aus allen diesen Datenbanken euch eine, ups, sorry, das war mein Schwimm, ähm, eine Trainings-Datenbank zusammenbauen und anhand von der dann wiederum eure KI zusammenbauen. Ja, ich weiß, große, große Aufgabe hier und ich bin gespannt, wie gut ihr werdet, wie viel Prozent ihr hinbekommt. Wie gesagt, ähm, verwendet mindestens 20% Validierungsdaten, sonst sind die nicht wirklich aussagekräftig, würde ich euch drum bitten. Und, ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon haben wollt, schaut mal bei der Hochschule Fresenius vorbei. Links wie immer in der Beschreibung und ich danke euch schon mal jetzt fürs Mitmachen und wie gesagt, schreibt mir eine persönliche Nachricht irgendwo, Discord, Facebook, E-Mail, alles möglich. Und ja, wir hören uns bei der Auflösung spätestens. Bis dann, ciao.